Was? Was? Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir? Was? Ich hege kein Groll. Genau. Und Groll mag jede mögliche Form annehmen. Es kann irgendwas sein, was dich nicht in Frieden sein lässt. Also, wie wir es gestern schon angesprochen haben, es könnte irgendeine Form von Beklommenheit sein, von Schuld, von Krankheit, von Gefühl von Ohnmacht oder Wehrlosigkeit oder Hass und Wut und so weiter. Dieses ganze Spektrum an menschlichen Formen der Abwehr oder die Spitzen des Eisbergs, wie man so sagen könnte, das, was wir hier mitbekommen, an oberflächlichen Gefühlen, ist wirklich Ausdruck einer intensiven Abwehrreaktion, die im Inneren stattfindet. Und das ist die Abwehr gegen das Licht, einfach aus dem Grund, weil wir geglaubt haben, die Trennung sei wirklich und wir müssen uns jetzt verteidigen vor dem übermächtigen Feind der Liebe, damit wir das sein können, was wir hier gerne sein wollen. Ich möchte jetzt dies sein, ich möchte jetzt jenes sein, ich möchte jetzt so einen Lebensstil haben und dann einen anderen. Aber was wir nicht erkennen, ist, dass das keine Freiheit ist, sondern das ist wirklich Knechtschaft gegenüber dem im Sinne des Egos unausweichlichen Gefängnis des Körpers. Selbst im Tod wird dir versprochen, du wirst der Hölle nicht entkommen. Es wird immer noch eine Version von Begrenzung und von Ausweglosigkeit angeboten. Also was braucht es? Das ist ja auch egal, wie aussichtslos die Version des Egos deines Lebens aussieht. Der unausweichliche Tod lauert bei jedem Lebensstil. Es ist zum Scheitern verurteilt und es ist tatsächlich schon gescheitert. Alles, was es von unserer Seite braucht, ist zu erkennen, dass dieses Denksystem, dass wir wie ein Echo in unserem Geist immer und immer wieder beleben, noch einmal rausschicken und die Welt bebildern, noch einmal rausschicken und verstärken und nochmal erleben. Diesen Moment der Trennung, diesen Moment, wo wir glaubten, dass wir uns wirklich von Gott abgesondert haben, noch einmal zu wiederholen in den unterschiedlichsten Facetten und Variationen von Geschichten und Dramen und Möglichkeiten und Optionen und so weiter. Boah, genug damit. Das ist alles Ausdruck desselben, nämlich mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Und braucht es also wirklich nur diese Übung. Es braucht wirklich nur dieses Hinschauen und die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Lass uns nicht sagen, der Groll ist irgendwas anderes, der Groll ist aber mein Leben, der Groll ist aber nicht wirklich Groll, sondern das ist einfach so, das ist mein Lebensgefühl, da hole ich meine Energie, meinen Kampfgeist her und da ist meine ganze Lebendigkeit, da ist meine Sexualität, da ist mein Wettkampfgeist, da ist meine Komfortzone oder wie auch immer wir das anders benennen wollen, lass es uns nennen, wie es ist. Ich rede hier nicht davon, dass du deine Komfortzone verlassen musst, ich rede hier nicht davon, dass du die Sexualität ablegen musst oder dein Wettbewerbsdenken. Ich rede einfach nur davon, lass es uns erkennen als das, was es ist. Und die Verteidigung all dieser glitzernden, schön funkelnden Dinge, in denen wir unsere Freiheit und unser Anrecht vermuten, ich habe doch ein Recht auf Sex, das kann doch nicht unspirituell sein. Ich habe doch ein Recht auf Erfolg, ich habe doch ein Recht auf einen gesunden Körper, ich habe doch ein Recht auf ein Zuhause, in dem ich mich wohlfühle oder ein Recht auf eine schöne Beziehung, bla bla. Sobald man das ein bisschen ankratzt, wird sofort klar, dahinter steckt Groll. Juhu, ich kann jetzt hier eintauchen und sagen, und nun mache ich mich ans Werk, rechtfertige meine Gedanken nicht mehr, denn ich habe genug von dem Leid. Egal wie gut der Sex war, egal wie erfolgreich du warst, egal wie gesund der Körper war, es war nicht die Lösung. Deswegen bist du hier, deswegen bin ich hier, deswegen sind wir hier gelandet und es ist kein Stranden in dem Sinne, sondern wir haben uns zu guter Letzt einfangen lassen von der Liebe Gottes, indem wir einen Funken von ihm wieder zugelassen haben und gesagt haben, okay, vielleicht gibt es einen besseren Weg und ich möchte mich auf diesen besseren Weg geben. Hier bin ich und nun dreht es sich um das Geschäft meines Vaters. Ich bin jetzt hier, um die Geschäfte meines Vaters zu erledigen. Lektion 69 Mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Niemand kann auf das schauen, was dein Groll verhüllt. Weil dein Groll das Licht der Welt in dir verbirgt, steht jeder in der Dunkelheit und du stehst neben ihm. Wenn aber der Schleier deines Grolls gelüftet wird, wirst du mit ihm befreit. Teile jetzt deine Erlösung mit ihm, der neben dir stand, als du in der Hölle warst. Er ist dein Bruder im Licht der Welt, das euch beide erlöst. Wir wollen heute einen weiteren aufrichtigen Versuch unternehmen, das Licht in dir zu erreichen. Bevor wir das in unserer ausgedehnten Übungszeit tun, wollen wir mehrere Minuten darauf verwenden, darüber nachzudenken, was wir zu tun versuchen. Wir versuchen buchstäblich mit dem Heil der Welt in Berührung zu kommen. Wir versuchen, hinter den Schleier der Dunkelheit zu sehen, der es verborgen hält. Wir versuchen, den Schleier lüften zu lassen und zu sehen, wie die Tränen von Gottes Sohn im Sonnenlicht versiegen. Okay, das ist das, was wir suchen. Lass uns heute unsere längere Übungszeit in der vollen Einsicht beginnen, dass dies so ist. Und mit wirklicher Entschlossenheit das zu erreichen, was uns teurer ist als alles andere. Die Erlösung ist unser einziges Bedürfnis. Es gibt hier keinen anderen Sinn und Zweck und keine andere Funktion zu erfüllen. Die Erlösung erlernen ist unser einziges Ziel. Lass uns die alte Suche heute dadurch beenden, dass wir das Licht in uns finden und es für alle emporhalten, damit es jeder, der mit uns sucht, erblicke und frohlocke. Versuche jetzt, den gesamten Inhalt ganz still und mit geschlossenen Augen loszulassen, der für gewöhnlich dein Bewusstsein in Anspruch nimmt. Stell dir deinen Geist wie einen weiten Kreis vor, den eine Schicht von schweren, dunklen Wolken umgibt. Du kannst nur die Wolken sehen, weil du anscheinend außerhalb des Kreises und völlig abseits davon stehst. Von dort aus, wo du stehst, gibt es für dich keinen Grund zu glauben, dass die Wolken ein strahlendes Licht verbergen. Die Wolken scheinen die einzige Wirklichkeit zu sein. Sie scheinen das Einzige zu sein, was es zu sehen gibt. Deshalb unternimmst du keinen Versuch, durch sie hindurch und hinter sie zu gehen, was der einzige Weg ist, dich davon zu überzeugen, dass sie völlig substanzlos sind. Diesen Versuch wollen wir heute unternehmen. Versuche, nachdem du über die Wichtigkeit dessen nachgedacht hast, was du für dich und die Welt zu tun versuchst, dich in die vollkommene Stille hinein zu begeben und nur daran zu denken, wie sehr du heute, jetzt, das Licht in dir erreichen willst. Versuche, durch die Wolken hindurch zu gehen. Strecke deine Hand im Geiste aus und berühre sie. Schiebe sie mit deiner Hand beiseite. Fühle, wie sie auf deinen Wangen, deiner Stirn und deinen Lidern liegen, während du durch sie hindurch gehst. Geh weiter. Wolken können dich nicht hindern. Wenn du die Übungen richtig durchführst, wirst du allmählich das Gefühl bekommen, hochgehoben und vorwärts getragen zu werden. Deine kleine Mühe und dein bisschen Entschlossenheit rufen die Kraft des Universums an und Gott selbst wird dich aus der Dunkelheit ins Licht erheben. Du bist im Einklang mit seinem Willen. Du kannst nicht scheitern, weil dein Wille der Seine ist. Hab heute Vertrauen zu deinem Vater und sei gewiss, dass er dich gehört und dir geantwortet hat. Es ist möglich, dass du seine Antwort noch nicht erkennst. Du kannst aber sicher sein, dass sie dir gegeben wurde und du sie noch empfangen wirst. Bemühe dich, während du durch die Wolken zum Licht zu gehen suchst, diese Zuversicht in deinem Geist zu halten. Versuche daran zu denken, dass du endlich deinen Willen mit dem Willen Gottes verbindest. Versuche dir den Gedanken klar vor Augen zu halten, dass das, was du mit Gott unternimmst, gelingen muss. Dann lass die Macht Gottes in dir und durch dich wirken, damit sein Wille und der deine geschehen. Erinnere dich in den kürzeren Übungszeiten, dass du angesichts der Wichtigkeit, die der heutige Gedanke für dich und dein Glück hat, so oft wie möglich durchführen solltest, dass dein Groll das Licht der Welt vor deinem Gewahrsein verbirgt. Erinnere dich auch, dass du nicht alleine danach suchst und durchaus weißt, wo du danach suchen musst. Sage also, mein Groll verbirgt das Licht der Welt in mir. Ich kann nicht sehen, was ich verborgen habe und dennoch will ich, dass es mir offenbart werde für meine Erlösung und die Erlösung der Welt. Sage dir auf jeden Fall auch, wenn ich diesen Groll hege, wird das Licht der Welt vor mir verborgen. Wenn du versucht bist, heute irgendjemandem irgendetwas zu verübeln. Und alles, was du gibst, gibst du jedem. Entweder bist du mit allen gefangen oder du bist mit allen erlöst. Und das ist vollkommen unabhängig von der Form. Wenn einer gewinnt, müssen alle gewinnen. Und das ist kein Gewinn im Sinne von, mein Bankkonto ist voller. Oder es ändert sich irgendetwas in den Umständen meines Lebens. Denn wie könnte sich irgendetwas an den Umständen deines Lebens ändern, außer durch die gegenwärtige Veränderung deiner Wahrnehmung. So verändert sich dein Leben. Wenn wir das so ausdrücken wollen. Natürlich verändert sich dein Leben nicht. Aber so wie du dich erfährst, änderst du deinen Geist und änderst du das, was du als Reflexion für dein Denksystem bekommst mit sich. Also bist du hier wirklich eingeladen und willkommen, diese Veränderung zu bezeugen. Und im Kurs heißt es zu frohlocken. Zu frohlocken mit deinem Bruder, dass du erlöst bist. Und egal, wie schwer sozusagen dein Vorwurf war, egal, was du dem anderen verübeln wolltest, es ist hier aufgehoben. Es ist jetzt aufgehoben, wenn du es wählst. Und es ist keine Frage von Schwierigkeit, sondern nur von Motivation. Und dafür haben wir uns angeschaut, was die Kosten davon sind. Wenn du das Licht vor dir verbergen möchtest, dann behalte den Groll. Wenn du das Licht nicht mehr verbergen möchtest, dann lass den Groll los. Es ist keine Wissenschaft. Es ist kein schwieriges Ding. Es ist nur eine Entscheidung, weil die Mittel, um das zu erreichen, von ihm schon gegeben sind. Also danke ich dir für die gegenwärtige Erfahrung der vollständigen Erneuerung seines Seins. Du brauchst tatsächlich an keinem Setting, an keinem Rahmen, den du glaubst, brauchen zu müssen, in Gedanken festzuhalten. Denn die ganze Welt geht mit dir. Sozusagen alle Erhalt, den du wirklich noch brauchst, auch weltlich gesehen, wird bei dir bleiben, solange bis du es nicht mehr brauchst, weil du erkennst, dass dein ganzer Halt gegenwärtig schon Gott ist. Und das ist das, was uns unglaublich froh macht, was mich unglaublich froh macht, dass es tatsächlich so ist. Gott ist. Gott ist. Es ist tatsächlich wahr. Gott segne dich.